Moin, hier ist Sebastian von der OLEGENO Oldenburger Energiegenossenschaft. Ich stehe hier auf dem Dach der Feuerwache in der Ibo-Kochstraße. Wir bauen hier eine Photovoltaikanlage, finanziert von unseren Mitgliedern. Für 60 Euro könnt ihr dabei sein und die Zukunft der Energiewende hier in Oldenburg gestalten. Dann bringen wir die Erneuerbaren voran und erhöhen den Anteil erneuerbarer Energie im Stromnetz. Es ist so windig hier, dass wir vielleicht eher in Windkraft hätten investieren sollen. Tschüss! Tschüss!